Die Chance war gegeben, der gute Wille fehlt. Zumindest mal beim Dow Jones sieht es im Moment noch nicht danach aus, als ob der Markt das bullische Angebot wahrnehmen will. Wir gucken mal auf den 4-Stunden-Chart und dann sehen wir uns das nochmal an. Wir hatten eine relativ starke Aufwärtsbewegung und haben gesagt, wenn es jetzt schön korrektiv hier hingeht, irgendwo so in diesem Bereich, da haben wir mehrere Unterstützung, das muss nicht exakt jetzt an der Marke liegen, aber irgendwie so deinem Umfeld, dann wäre es gar nicht so schlecht, dass wir da nochmal long gehen können, hier im 4-Stunden-Chart. Vielleicht dazu einen Hinweis, ich hatte das irgendwo gesehen, da hatte jemand als Feedback gegeben, ja Mensch, vor ein paar Tagen hast du noch 31.000 gesagt. Ja, ja, also das 31.000er Bild ist durch diesen Anstieg hier im 4-Stunden-Chart ja überhaupt nicht, sagen wir mal, in Gefahr. Ja, hier geht es ja um einen Intraday oder von mir aus wenige Tage dauernden Anstieg erstmal und selbst wenn der Kurs sogar nochmal einmal höher geht, also sprich, dass er, ich habe das hier sogar nochmal gezeichnet, also selbst wenn er vorher doch nochmal einmal weiter geht, wäre im Nachgang eigentlich der Rücksetzer sehr, sehr, sehr realistisch, wenn nicht sogar noch, dass es danach deutlich weiter nach unten geht. Aber diese Umrufe, die wollen wir uns im Moment nochmal sparen, wir machen jetzt hier im Index-Update am Nachmittag noch nicht das ganz große Bild jetzt auf. Wir müssen damit rechnen, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen, also Tagen wohl weniger, aber in den nächsten Wochen tatsächlich noch deutlich weiter nach unten streben. Ich halte die 31.000 vielleicht nicht für zwingend, aber für durchaus realistisch, müssen noch nicht exakt 31 sein. Also die Orientierungsmarke ist so das Tief aus dem März 2023, also dieses Jahr, das wäre so das und klassischerweise ein bisschen tiefer, da kommen wir dann auf die 31, das wäre jetzt so die Idee dazu. Das, was wir hier also im 4-Stunden-Chart haben, das wäre jetzt nur so ein Intermezzo als Umweg in der Bewegung nach unten. Also wenn man eine Richtung angibt, es ist ja selten so, naja, jetzt ist da die Zahl genannt, dann geht er da in einer Linie in einem Strich hin, sondern wenn wir uns das hier im 4-Stunden-Chart angucken oder auch längerfristig, es geht ja ständig ein bisschen hoch oder runter innerhalb einer erwartbaren Bewegung. Also insofern, die Abwärtsbewegung ist nach wie vor durchaus realistisch aus verschiedenen Gründen. Saisonalität lassen wir mal außen vor, die Zahlen, über die wir gesprochen haben, ebenfalls mal als ein Hinweis dazu, dass es realistisch nochmal nach unten gehen kann und naja, mindestens mal beim Dow Jones mit der Überschneidung. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf ausgehen, wir gucken jetzt mal an, mit was müssen wir denn heute rechnen. Hier war jetzt schon eine Chance für einen Dreh, hier irgendwo in dem Bereich. Was haben wir gesagt, wo war die Marke? Ungefähr bei 620 in etwa, also 34.620 gemessen am September-Kontrakt des Dow Jones. Und der Kurs macht im Moment überhaupt gar keine Anstalten. Das wäre jetzt hier irgendwie was gewesen, wenn er da irgendwie angefangen hätte für die Long-Seite. Super, hat aber nicht. Nicht mal mit Ansatz. Also die Marktteilnehmer scheinen keinen echten Bock zu haben auf der Long-Seite. Man sieht das hier auch im 15-Minuten-Chart. Da ist null Ambition. Ich gehe mal auf 5-Minuten-Chart runter. Da ist null Ambition da, irgendwie massiv zu kaufen. Im Gegenteil, wir haben immer noch starke Abwärtsseite, schwache Seite nach oben. Und wenn wir mal eine einigermaßen starke Aufwärtsseite hatten, dann hat der Markt das nicht mit einer Korrektur, sondern mit einer starken Abwärtsseite dann wieder beantwortet. Also insofern, die Marktteilnehmer vermitteln überhaupt nicht den Eindruck, dass sie auch nur annäherungsweise Lust haben auf so einen Zwischen-Long. Müssen sie ja auch nicht, ist ja nicht Pflicht, aber wäre natürlich hübsch gewesen, weil es eine schöne Trading-Situation wäre. So einen Zwischen-Long kann man ja gerne mal machen, für die, die jetzt kürzerfristig auch mal da was machen wollen. Kein Thema. So, aber offensichtlich, die Marktteilnehmer sind da sehr, sehr zurückhaltend. Und je tiefer wir gehen, desto schwächer wird das Bild natürlich, denn es zeigt, dass die Marktteilnehmer einfach doch keine Lust haben. Diese Skizze können wir, ich lasse noch mal drin, einmal hier für mich, vielleicht kann ich die noch mal verwerten. Aber an sich ist dieses Bild im Moment gar nicht so sehr, also die Erwartungshaltung, dass es hoch geht. Und die Resthoffnung bleibt, dass er halt ein bisschen übertreibt nach unten und das irgendwie folgt. Ich zeichne das noch mal hier im 5-Minuten-Chart. Dann müsste er aber, um mich wirklich zu überzeugen für die Kaufseite, steil hochgehen. Vielleicht so ähnlich wie hier. Ja, oder so ähnlich, da ist nicht ganz so sauber, aber so ähnlich wie dieser hier. Der steile Anstieg war super. Der hat mir gut gefallen. Guckt euch den an. Zack, hoch, überzeugend. Aber dann nicht wieder senkrecht runter, sondern korrektiv runter. Ich möchte sehen, was ist die starke, was ist die schwache Seite. Im Moment ist es offensichtlich eher noch die starke Seite abwärts. Wir sehen das immer wieder relativ stark, dreiwellig hoch, relativ stark, wackelig irgendwie so halbwegs hoch. Auch hier wieder, das sind alles ganz klar. Welche Seite ist die starke? Na, offensichtlich noch die Abwärtsseite. Erst wenn das käme, das ist keine Ankündigung, Leute, das kommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt kommt. Kann sein, dass er noch viel tiefer fällt. Aber wenn das kommt, dann wäre das für mich die Idee, zumindest mal für den Zwischenlong. Aber im Moment sehe ich es nicht. Wer jetzt also short ist, alles wunderbar. Wenn der Kurs sogar noch wackelig hochkommt, kann man sich überlegen, ob man auch noch mal so einen späten Aufsprung macht und sagt, komm, da kann ich noch mal einen Einschwung nach unten, kann ich da noch mal mitnehmen. Halte ich zumindest mal nicht für komplett abwegig. Ja, also dann doch wohl nicht die Aufwärtsseite. Es ist wohl eher noch der Kopfsprung, der da jetzt im Moment gilt, ins kalte Wasser wieder. Wir haben noch eine ähnliche Situation auch beim S&P. Der hätte allerdings noch ein bisschen Platz auch. Aber wir sehen auch hier im Moment null Ambitionen für Käufe. Und damit dann die Gefahr, wenn der hier jetzt durchrauscht. Also hier jetzt irgendwo pauschal mal einzusteigen, so von wegen, oh, guck mal, da hast du noch eine Linie, da gehe ich einfach mal long, bin ich kein großer Freund davon. Wir hatten auch hier eine gewisse Unterstützung. Hat die Marktheilnehmer null interessiert. Auch nicht die 38er Fibomarke, null interessiert. Lasst euch das zeigen, indem die Marktheilnehmer irgendwie was veranstalten, was gut aussieht. So, gut aussehen. Auch hier gilt natürlich Schub hoch, wackelig runter. Im Moment sieht man das gar nicht. Also im Moment keine Käufe. Das war gestern eine Idee, ein Angebot, wenn die Marktheilnehmer das machen. Deshalb die Zeichnung dort im Dow Jones. Haben sie aber nicht gemacht, also keine Longs. Auch hier jetzt machen sie nicht, keine Longs. Kriegen wir in den nächsten Tagen, hätte ich fast gesagt, nächsten Stunden irgendwie sowas hier. Ach, dann ist es wohl weiterhin vorläufig erstmal die Short-Seite, die man damit reiten kann. Also es besteht tatsächlich die Sorge, die Gefahr, die Chance, je nachdem, dass wir dieses Bild jetzt tatsächlich hier runter reiten. Irgendwo 4.300, 4.250, das wäre so ein bisschen das Pendant. Die DAX, ne, die Dow Jones, was haben wir gesagt, 31.000 in etwa. Das muss nicht ganz synchron sein, aber so ein bisschen näherungsweise. Ist ja nicht so super wahrscheinlich, dass der S&P steigt wie eine Rakete und der Dow Jones fällt wie ein Stein. Die müssen nicht immer im Gleichklang unterwegs sein, aber zumindest mal so ein bisschen in der Nähe, ist immer ganz hilfreich. Also ihr seht, dieses Bild, es scheint so zu sein, als ob die Marktteilnehmer einfach keine Lust haben oder keinen Mut haben, hier jetzt einzusteigen. Für mich, ich suche ja schon nach Chancen für einen Long-Einstieg, zumindest im Kleinen. Aber wenn der Markt mir nun überhaupt gar keine Angebote, sinnvolle Angebote für Long hier macht, ja, dann halt nicht. Dann gucken wir halt zu und freuen uns dann auf die nächste Bewegung, die dann wieder ein bisschen deutlicher ist. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Na, er hatte schon so ziemlich ähnlich. Nasdaq ebenfalls ja hier mit seiner Anstiegsbewegung, na ja, so halbwegs im Trendkanal, da kann man sich jetzt ein bisschen streiten, wie man es exakt jetzt anzeichnen will, aber eine ernsthafte Gefahr der Abwärtsbewegung. Nasdaq allerdings, das muss man ihm im Moment noch zugutehalten, hat zumindest mal diesen Teilarm, machen wir es mal neu hier, machen wir mal diese alten Dinger weg hier, diesen Teilarm, relativ steil und diese Bewegung relativ wackelig. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ist die Bewegung tief genug, um eine schöne Korrektur zu sein? Na, also ich mag es immer gerne, wenn er in diese Kiste reinläuft. Warum ist mir das mit der Kiste so relevant? Natürlich könnte der Kurs auch sofort jetzt drehen, aber die Wahrscheinlichkeit, unter diese Marke hier zu gehen, ist noch größer als dieser Anstieg. Jetzt kann man sagen, ja, aber er steigt doch schon wieder. Naja, aber die Gefahr besteht halt, dass er dann halt irgendwie über den Umweg und danach erst dann eben läuft. Das ist immer die ganz große Gefahr und um das zu verringern, mag ich es gerne, dass er erst hier in die Kiste reinläuft. Von mir aus auf der Oberseite irgendwo, aber irgendwie da ran, das wäre mir schon ganz lieb eigentlich. Immerhin, das was wir hier sehen, ist jetzt einigermaßen korrektiv. Wenn er das noch in die, ich mache es ja noch mal, ich zeichne es noch mal ein, dann müsst ihr nicht zurückspulen. Also, ihr messt von diesem Tiefpunkt, weil das der einzige Impuls jetzt hier war, also der letzte Impuls, und wenn es eine Korrektur dieser Bewegung jetzt gibt, dann wäre das ungefähr 15.313, könnt ihr selber auch noch mal zeichnen in euren Chart, irgendwie sowas in der Richtung, diese Marke ist 206 in etwa, 15.206, also irgendwie sowas in diesem Bereich, schön korrektiv, zwischen Trigger, zwischen Hochs wären als Trigger, dann eben mögliche Longeinstiege. Super glücklich bin ich damit nicht, denn das ist nicht die erste Bewegung. Warum nicht? Naja, der war ja auch schon in der Richtung unterwegs, von Tiefe ausgehend. Also so richtig geheuer ist mir das nicht. Wenn das jetzt sehr korrektiv ist, kann man diese Longseite überlegen, ob man die spielen will. Ich mag es nicht so gerne, also wir werden das wahrscheinlich eher nicht machen, aber das muss ja nichts heißen, nur weil ich da zu feige bin oder zu vorsichtig. Aber normalerweise ist das schöner, wenn der Kurs irgendwie ein neues Tief macht, der ist der tiefste Punkt hier und dann irgendwie sowas, so wie wir es beim Dow hatten. Das finde ich gut. Hier jetzt, weiß ich nicht so richtig, was hier mit anzufangen, aber ich sage mal so, wenn er jetzt wirklich korrektiv hier runter geht und dann triggert, vielleicht ein Versuch wert. Formulieren wir es so. Muss man nicht handeln, aber vielleicht ein Versuch wert. Aber wehe dem, der macht jetzt hier das ist das, dann haben wir hier die Pause gehabt. Und jetzt macht er dann das und dann vielleicht später noch mal eine Pause. Das sind alles Short-Szenarien. Klar, die Abwärtsbewegungen sind stark und die Aufwärtsbewegungen sind schwach. Dann suche ich natürlich nicht Long. Dann suche ich natürlich weiterhin die Shorts. Die Quintessenz im Großen ist eine ähnliche, also das alte Tiefe noch mal zu durchstoßen. Also ähnlich, wie wir es beim S&P eben angesprochen hatten. Also ich bin noch nicht glücklich. Mir gefällt das noch nicht. Der gefällt mir mit am besten hier. Den Dow würde ich sogar noch akzeptieren, wenn der jetzt wirklich jetzt langsam in die Puschen kommt. Nur wenn er jetzt die blaue Zone verlässt und dann am Ende sogar noch 34.300, die 78er Marke, dann können wir es auch gleich sein lassen. Also das ist ein Zeichen dafür, dass Sie einfach keinen Bock haben dazu. Und naja, gut, dann kann oder muss man ihn dann vielleicht auch nicht zwingen, unbedingt bei der Entscheidung. Wie sieht es beim DAX aus? Tatsächlich gefällt mir der DAX auch nicht so richtig gut für die Longseite. Ich habe hier noch mal so ein bisschen Geschmiere drin. Ich wechsle mal auf den DAX Future. Also wir hatten ja die ganze Zeit immer darüber gesprochen, so diese Tiefmarken hier. Schaut euch das an. Das ist wieder sehr dreiwellig. Wir haben Rücksetzer, die ähnlich groß sind, überschneidend sind. Die Aufwärtsseite ist doch nicht der Burner, oder? Findet ihr das das? Oh, das ist total überzeugend. Finde ich nicht, ehrlich gesagt. Und deshalb meine Vermutung, wenn die Marktteilnehmer nicht mit Schwung hier nach oben unterwegs sind, und der amerikanische Markt generell ja auch schon so halbwegs schwach ist, dass wir dann auch noch nicht nur diesen Trendkanal nach unten verlassen, dieses Tief durchstoßen und dieses Tief. Und jetzt wechseln wir auf den DAX, damit wir dann die Zeichnung wieder haben. Und damit dann tatsächlich die 15.400. Ich würde mich sogar nicht wundern, wenn er tiefer geht. Und aufgrund der Größenverhältnisse muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen die Sorge, ob die 15.100 oder 200.100 da, ob die tatsächlich hält. Befürchte fast, sie wird nicht halten. Die Größenverhältnisse würden, wenn der DAO dann runtergeht, auch eher dann dafür sprechen, dann werden wir vielleicht hier auch Richtung 14.500. Orientierungspunkt wäre das März tief, auch hier. Oder vielleicht 14.000, vielleicht irgendwas mit 13.000, irgendwie sowas. Ich muss sagen, aktuell würde mich das gar nicht wundern. Saisonalität wird sicherlich auch nicht unterstützend sein für die Käufer, dass jetzt alle sagen, oh, September ist der perfekte Kaufmonat. Das ist vielleicht gegen Ende September so. Wir wissen aber, dass Oktober auch gerne in Amerika noch sehr volatil ist und sehr heftige Abwärtsbewegungen hat. Und da muss man sich dann die Gedanken machen, ob man das dann gerne noch aufrecht erhält oder ob man dann nicht sagt, oh, bin froh, wenn ich noch ein bisschen warten kann mit meiner Positionierung. Also ihr seht schon, ich bin nicht begeistert von der bullischen Seite. Es sieht so ein bisschen nach dem Köpper aus, aktuellen Kopfsprung hier, dem wir hier in die Tiefe machen. Und alle Chancen, vorher noch mal umzudrehen, was ja bekanntlich beim Turmspringen auch nicht so gut funktioniert, so auf halber Strecke. Ah, komm, jetzt drehen wir. Aber da hat das Bild vielleicht dann seinen Haken. Er müsste dann jetzt wirklich bald irgendwie was zeigen, was gut ist. Für die Daxianer im ganz kurzfristigen Bereich hier, wenn ich mir das angucke oder gucke mal beim Future, dann hat man den Eindruck, vielleicht wird das hier gleich was für die ganz kurzfristigen. Denn immerhin der letzte Schub nach oben ist klasse. Wir hätten dann, wenn das so passiert, eine Korrektur und zumindest mal ein Zwischenlong. Aber auch der Zwischenlong ist nicht unbedingt in der Lage, diese Abwärtsbewegung aufzuhalten. Aber Böte zumindest erst mal eine Chance, mal ein bisschen sich zu entfernen. Und falls er doch weiter liefe, ausschließen wollen wir es ja nicht, dann wäre das so die letzte Chance der Bären, oder nein, der Bullen hier über die Bären. Dann werden wir mal gucken, ob das dann tatsächlich gelingt, ob der Kurs sich da nochmal davon absetzen kann. Im Moment die besten Chancen sehe ich da nicht, ehrlich gesagt. Na gut, wollen wir mal gucken. Ihr seht jetzt so ungefähr, worauf wir da gucken, wie wir da unsere Entscheidungen fällen. Lasst euch vom Markt nicht in die Irre führen. Guckt, was ist die starke Seite, guckt, was ist die schwache Seite, nehmt die Zwischenhochs als mögliche Einstiegsfaktoren. Euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.